Ja, auf der San Diego Comic Con gab es so einige Infos rund um Serien und Filmen und auch um The Walking Dead ging es da in einem Panel. Und zwar um die Serien Daryl Dixon Staffel 2 und Dead City Staffel 2. Zu Daryl Dixon habe ich schon ein Video gemacht, checkt es gerne hier oben mal verlinkt oder da oben verlinkt aus. Und heute geht es um Dead City Staffel 2. Das Maggie und Negan Spin-Off, meine Gedanken, alle Infos, alles Wichtige drumherum plus Trailer-Reaction in diesem Video. Und deswegen heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, Dead City Staffel 1 hat mir tatsächlich semi-gefallen, aber der Trailer zu Staffel 2 verrät einiges Interessantes. Wir springen auch gleich direkt in den Trailer rein. Aber vorab bin ich gespannt, bin ich gespannt her als bei Daryl Dixon, weil hier bis jetzt mal noch keine dritte Staffel angekündigt ist oder quasi bestätigt ist. Was ich mittlerweile tatsächlich leider ein bisschen besser finde, als wenn man schon fünf Staffeln vorausplant. Gerade weil es nur, in Anführungsstrichen nur, kleinere Spin-Offs zur Hauptserie sind. Das Video ähnlich wie das Daryl Dixon Video werden wir ein bisschen anders aufbauen. Ich werde jetzt gleich zu meinem PC-Setup switchen und dann machen wir da die Trailer-Reaction, dass ich ein bisschen anhalten kann, ein bisschen drauf eingehen kann, was im Trailer gezeigt wird, beziehungsweise im Teaser. Und deswegen labere ich jetzt nicht lange rum, wir jumpen direkt in die Reaction. Ja, nun befinden wir uns natürlich wieder hier an meinem PC-Setup, wie ich es ja gerade schon erwähnt habe. Und heute schauen wir uns dann mal zusammen den Dead City Season 2 Trailer, beziehungsweise Teaser an, den wir auf der San Diego Comic Con gesehen haben. Ihr seht schon hier 2025, wann genau das Release wird. Eine Sekunde. Ja, es gibt tatsächlich noch kein genaues Datum. Es ist auf jeden Fall 2025 geplant. Wann genau, kriegen wir auf jeden Fall noch erklärt. Und es wird dann natürlich auch einige Trailer geben, einige neue Teaser. Leider auch hier, ähnlich wie bei Daryl, nicht auf Deutsch, nur mit deutschem Untertitel. Aber sei mal dahingestellt, wir gucken uns jetzt den Teaser an. Ich werde auf ein paar Sachen eingehen, heißt hier und da mal pausieren. Meine Meinung zu allem kundtun und vor allem dann auch, wenn irgendwelche Infos kommen, die man hier erwähnen kann, die man vielleicht auch gar nicht so direkt sieht. Natürlich kriegt ihr die auf, wir starten jetzt in den Trailer. Teaser. Und da können wir direkt Pause machen. Ich liebe runtergekommene Städte. Ich liebe es, apokalyptische Städte, in The Walking Dead vor allem. Aber wir können mal ganz kurz darüber reden, wie schlecht doch hier an manchen Ecken, hier an den Häusern und so das CGI aussieht. Ja, ist meckern auf hohem Niveau. Hat jetzt nichts damit zu tun, ob die Serie gut oder schlecht wird. Man sieht hier auch schon wieder so eine Seilrutsche, wie in Staffel 1. Finde ich ziemlich lustig. Aber ich sag mal, wenn es CGI in was Besseres, Wichtigeres stecken, als jetzt so eine Skyline. Okay, aber dann hätten wir es auch lassen sollen. Ist egal, ist wie gesagt sehr, sehr auf hohem Niveau. Meckern, unnötiges Meckern, kann ich ganz ehrlich sagen. Sei gegessen. Aber ja, wir bekommen erst mal das. Moment, ich mach mal hier ein bisschen, ja, the old world was rigged. Wir bekommen Maggie. Mit Fackeln. Sieht irgendwie nach Hilltop aus. Ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Gott sei Dank, Herschel Junior ist auch dabei. Ich hab ihn so vermisst und er ist auch wieder nur am Malen hier. Äh, ich hab ihren Namen wieder vergessen. Die, die Chefin da aus Manhattan. Ja, da ist der Croat. Und natürlich der Goat. Negan. Und jetzt. Einfach nur geil. Negan Prime ist back. Teilweise. Gehe ich gleich auch noch ein, was da wahrscheinlich möglicherweise passieren könnte. Man sieht zwei, drei Szenen, die nicht so Negan-typisch sind. Aber er hat mehr oder weniger Lucille wieder. Er hat seinen, sein, er ist the goddess back. Es ist einfach so. Sein neues Sanctuary möglicherweise. Es sieht unfassbar gut aus. Das wird sehr, sehr geil. Nachtaufnahmen. Wieder sehr, sehr schön. Ich liebe es. Hier auch wieder. Ich find's geil, dass sie da anknüpfen. Das war ja in Staffel 1 so ein Ding. Das erklärt haben, okay, wie sie aus den Leichen, von den Walkern, irgendwie Treib, Treibstoff rausbekommen. Über, weiß ich nicht, wie, Physik, Chemie. Finde ich geil, dass es hier wieder so ein kleines Throwback gibt. Das wird ja auch wahrscheinlich mit dieser neuen Regierung, die sich da aufbaut, ziemlich gut kolladieren. Nicht kollabieren? Kollidieren. Jo. Weil die ja auch Treibstoff wollen. Und bla, das wird ziemlich, ich denke, die werden auch eine große Rolle spielen. Weiß nicht, was Maggie hier für Probleme hat. Da freu ich mich ultimativ drauf. Es sieht danach aus, als würden wir endlich mal so einen richtig geilen Kult bekommen. Das ist das, was ich in The Walking Dead schon massivst vermisst habe. So richtig kulturell, also Kult-Leute, die so halt Herzen essen, wie es hier ist. Die so richtig psychisch sind. So vielleicht Kannibalen-mäßig. Aber Kannibalen hatten wir schon. Aber halt so wirklich dieses abgespacede, zu irgendeinem Zombie-Walker-Gott betende. Das sieht ziemlich stark danach aus. Ich hoffe, es wird nicht nur so eine Nebenrollen sein, die da mit aufgebaut werden. Ich hoffe, da wird ein bisschen was zugesagt. Nicht so einfach so, okay, das ist so ein halber Schurke, weil der Hauptschurke ist weiterhin The Croat, beziehungsweise kommt gleich. Ich hoffe, da machen sie was draus, weil der Hauptgegner ist er hier. Ja, und das ist er, der gute, neue, gute, böse Gegenspieler. Meine Fresse. Die einigen, oder einige von euch werden ihn wahrscheinlich aus Sons of Anarchy kennen. Ich, leider keine Ahnung, wie er heißt, sorry. Er soll anscheinend mit einer der neuen Bösewichte sein, weil The Croat ja mehr oder weniger mit Negan jetzt zu einem Guten kollidiert. Und Maggie ist ja nur nochmal eine Stufe guter. Aber es ist, wie gesagt, gut und böse, Leute, vermischt es nicht. Es ist komplett kompliziert. Aber er wird der neue Gegenspieler auf jeden Fall sein. Und hier bekommen wir eine Szene, die ich unfassbar gut finde. Wir bekommen erstmal hier natürlich einen Ringkampf zwischen Walkern, wahrscheinlich Leute, die darauf wetten und, und, und. Aber was ich viel, viel krasser finde, ist hier hinten dieser Tisch. In der Live-Reaction, die ich auf das hatte mit einem YouTube-Kollegen, einem guten Andi, hatten wir auf TikTok gestreamt. Und hier musste ich zu sagen, das ist 1 zu 1. Die Szenerie, wie beim letzten Abendmahl. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht so gemacht ist. Ich weiß nicht, ob darauf eingegangen wird. Aber wir sehen hier auf jeden Fall Negan in der Mitte. Ich könnte mir vorstellen, das ist The Croat. Und allgemein, ich denke, was ist halt so, wenn wir davon ausgehen, dass Negan ein neues Sanctuary aufmacht, sind das so seine generelle Leute, denen er vertraut. Es sieht aber absolut danach aus. Das Fenster im Hintergrund, diese Kerzen überall. Überhaupt, diese Szenerie gefällt mir mega. Finde ich supergeil. Ich hoffe, das wird geil. Ey, er ist auch wieder da. Und jetzt, Leute, passt ganz gut auf, wie Negan sich verhält. In manchen Momenten. Und zwar das hier. Erstmal möchte ich sagen, hier Negan mit Lucille natürlich wieder, Zombies am Klatschen. Wo jetzt schon der eine Punkt kommt. Und zwar, ich gehe davon aus, ja, wir bekommen Negan Prime wieder. Aber in einer abgeschwächten, beziehungsweise einer anderen Variante. Er wird mit sich zu kämpfen haben, zwischen Gut und Böse, aus seiner Sicht. Das hier ist zwar für ihn, oder das soll halt Lucille darstellen, Lucille ersetzen. Aber ich glaube, für ihn gibt es nur eine Lucille. Und diese Lucille ist tot. Das ist entweder seine Frau oder halt sein Original-Baseballschläger. Denn verbessert mich, ich bin der Meinung, es gab nicht so extrem viele Szenen, wo Negan mit Lucille Zombies getötet hat. Es war mehr, dass er Lucille dafür benutzt hat, Menschen zu töten. Natürlich hat er viele Zombies damit getötet, aber die Art, wie er mit Lucille umgeht, vor allem jetzt die Art, wie er sie hier, äh, nee, noch nicht, hier wegwirft. Ähm. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Und das ist jetzt einfach in meinen Augen Fakt. Wir bekommen, wie gesagt, Negan zurück, als Negan, aber er wird nicht so sein, wie wir ihn als Sanctuary Negan kennen. Denn er würde im Leben niemals Lucille wegschmeißen. Er wird hier dementsprechend quasi ein doppeltes Spiel spielen. Vielleicht mit Maggie zusammen. Also als Team vielleicht einfach nur, hat er sich erst gedacht, okay, ich mach hier wieder einen auf Big Boss. Hat aber gemerkt, das ist nicht mehr meins. Und dementsprechend wirft er hier auch Lucille weg. Es ist nämlich nicht Lucille. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Für ihn ist es nicht Lucille, weil es nicht sein Baseballschläger ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Szene hier kommt. Und auch hier, Maggie trifft auf Negan. Und auch dieses Bild, hier nochmal mit dem letzten Abendmahl im Hintergrund. Ähm, es gibt einige, die jetzt sagen, gut, das ist dieses erste Aufeinandertreffen nach vielen Auseinandersetzungen zwischen denen. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass das hier so ein Ding wird, wie mit Carol und Negan. Dieses, okay, ich, Carol, beauftrage dich, Negan Alpha zu töten. Und in dem Fall ist es hier, ich, Maggie, brauche Negans Hilfe mal wieder. Oder er braucht ihre Hilfe. Irgendwie so. Das hier ist aber kein Kontakt von Feinden. Finde ich. Das ist eher so ein Treffen zwischen Partnern, die sie sein müssen. Nicht, weil sie es sein wollen. Ähm, dementsprechend auch eher nicht mit Baseballschläger. Also, ja, zwar hier unten sieht man zwar Lucille, aber es ist, wie gesagt, es ist nicht der Negan. Es ist ein sehr, sehr Prime-lastiger Negan, aber es ist ein anderer, würde ich behaupten. Ja, Dead City Season 2 2025. Äh, ja, und das war der Teaser. Es ist nicht so krass viel, aber sehr, sehr viel, was da doch drin rauskommt. Ich muss sagen, im Vergleich zu Daryl Dixon hat mir der Trailer nicht so, so krass gefallen von wegen Inhalt. Mich hypt es aber trotzdem mehr auf Dead City als auf Daryl Dixon, weil hier einfach viel Neues dazu kommt und wir hier halt nochmal ein Stückchen weiter in der Zukunft sind als bei Daryl Dixon. Also Daryl Dixon ist so, wenn hier so Ende Staffel 11 ist, ist Daryl Dixon hier, Dead City ist aber hier. Dementsprechend finde ich das hier ein bisschen interessanter und ich, gerade weil wir Negan zurückbekommen, glaube ich, also zurückbekommen als der Negan mit Baseballschläger, glaube ich, dass das ziemlich, ziemlich krass werden könnte. Ich frage mich natürlich direkt wieder, was passiert, dass sie auf einmal zusammenarbeiten, gegeneinander arbeiten, wie weit, was gibt es denn Timeskip? Negan ist ja offensichtlich wieder so ein Sanctuary-Anführer geworden. Wie kam es dazu? So von 0 auf 100? Ich bin gespannt, sie müssen da sehr, sehr viel erklären. Ich hoffe, sie machen nicht viel kaputt und meine einzige große Hoffnung ist, dass das eventuell die letzte Staffel Dead City sein wird. Toi, toi, toi. Weil nicht wie bei Daryl Dixon Staffel 3 schon geplant und Staffel 4 auch schon geplant und das in anderen Ländern. Ich möchte endlich mal für die Spin-Offs ein kleines Ende bekommen, dass wir irgendwann mal The Walking Dead die Hauptserie mit den Hauptcharakteren vielleicht abschließen können. Wollen gewiss einige nicht, rein theoretisch möchte ich es auch nicht, aber für mich ist es dann doch so, irgendwann wird es zu viel und dann geht es langsam kaputt. Die ganzen Spin-Offs sind ja schon nicht so der Knüller und die letzten paar Staffeln von The Walking Dead waren ja auch nicht perfekt. dementsprechend, ich hoffe, so halten wir den Ball flach. Sieht aber alles sehr, sehr vielversprechend aus. Gut, das war jetzt meine Reaction zum Trailer beziehungsweise zum Teaser. Ja, ich schalte jetzt nochmal zurück auf die Couch und da rede ich ja nochmal ein bisschen mit euch, deswegen, ja, switchen wir wieder die Camps. Also, zurück aus der Reaction. Habt ihr hier nun meine Meinung zu dem Ganzen gesehen? Wie ich gestimmt bin, ob positiv, ob negativ, was mir gefallen hat, worauf ich gespannt bin und was es allgemein alles so für Infos gibt? Jetzt seid ihr gerne gefragt, schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, wie euch der Trailer beziehungsweise der Teaser gefallen hat. Seid ihr gespannt auf Staffel 2? Wie hat euch Staffel 1 gefallen? Gerne auch die Meinung im Vergleich zu anderen Spin-offs, die wir so bekommen haben. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. An der Stelle frage ich euch direkt mal, wie hat euch das Ganze gefallen? Sowohl die Daryl Dixon als auch jetzt diese Reaction, dass wir das quasi am PC machen, dass ich da quasi ein bisschen besser drauf eingehen kann, als halt so in der Hand hier mit dem Handy. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ich es bei Trailern immer so machen soll, dass ich es am PC aufnehme, oder wollt ihr es wieder, wie zum Beispiel beim Captain America und Trailer, dass ich quasi das Handy so in der Hand halte und dann hier live auf der Couch, wie der David vom Kanal ja schon sagt, dass ich auf der Couch dann live reakte oder wie gesagt am PC. Je nachdem, was ihr sagt, werde ich es umsetzen. Beides soll mir recht sein, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Deswegen schreibt mir da eure Meinung liebend gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video allgemein gefallen hat, ist ja einmal hier die Daryl Dixon Reaction quasi verlinkt und allgemein werde ich jetzt noch ein Video daneben packen, was auch zum Thema The Walking Dead passt. Checkt die beiden Videos gerne aus und guckt euch gerne auf dem Kanal. Hier gibt es nicht nur The Walking Dead Content, hier gibt es Content rund um Filme und Serien. Wenn euch das also gefällt, lasst gerne vielleicht ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt will ich das Video aber nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich jetzt erst mal raus. Ciao. Ciao.